ja hey leute und was geht back und hier ist wieder euer black tv bei meine kraft und ich trete mal anders ich gucke was das macht meine kraft und ich trete mal anders meine kraft und ich trete mal anders weil du hast Chemie und ich würde ich spiele gerade mit annaß deswegen ja was das hier ich spiele jetzt mein kraft mit annaß ich spiele jetzt mein kraft mit annaß ne für die sache aber das mit loli ne und ich anders aber wo muss ich hin ich sehe gar nichts ist hier gar nichts ist hier gar nichts ist hier gar nichts ah da ist das Bett da ich habe keine Restro ich habe keine Rechte ok ich komme ich habe keine Rechte von mir park wieder minecraft ich kann nichts drücken O.S. geht's los. Ich kann nix tracken. Ich will nicht. Wer? Wer? Wer kann man da laufen? Von mir backst du ganz mein Trash. Bis trotzdem. Machen. Wer ist da alleine? Ach schulda, da bin ich jetzt auch alleine. Da gerade. Ich fahr schon mal Black TV. Och, ich hab mich gerade mal zwölf Blöcke gefasst. Jetzt bin ich da oben. Ja, voll schön. Mach mal leise. Frau, hör auf zum Raum. Der ist in grün. Hey Anna, wo bist du? Ja, moin. Warte, ich muss kurz sagen. Von mir TV. Ja, DJ, komm her. Hannes sieht ja alleine. Soll ich hochbauen. Ich bin das jetzt aufgewacht, okay? Juno, warst mich zu einem Vlog oder fällt sie runter? Ey, bin ich jetzt alleine, oder? Nein, ich bin das jetzt alleine. Geil, ich bin nicht alleine. Gott, was war der nämlich? Ich hab den Frauenbrillern. Ich auch. Ja, flieg doch an, Anas. Ich hab dich gerade gesehen, du fliegst. Flieg, Anas, wirklich? Anas, es sieht so geil aus. Wie du. Ja. Danke. Ich pass auf, hinten. Okay, das ist da. Oh man, das sieht besser drin. Ach man, komm wieder raschen. Highcrunch. Doch. Oh, das nicht so. Hey, Anas! Ah! Ich gebe dir meine. Ich hab noch ein Bad gerusht. Ich hab noch ein Team. Alles klar! Ja, Crunch ist so ein Arschloch, Alter. Wieso? Ja, nee, kann ich jetzt nicht sagen. Nein, nein. Bist du alleine nicht? Ja. Lass ihn einfach, er ist anversichtlich. Aber hier. Schaff das. 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 Guck zu. Schaff das. Schaff das. Schaff das. Okay. Warte. Er schreibt, Junge, was bist du für ne Sternchen, 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 Sternchen. Okay, ich guck jetzt mal. Okay, ich guck jetzt mal. Crutch, du Arschloch, Alter. Kann sich direkt wieder verpissen. Vor allen Dingen, ich bin in Luna verliebt, weil ich, ähm, Team Gruscht hab, weil ich das gemacht hab, was man hier machen muss. Ich darf nichts sagen, oder? Ja, als ich und DJ im Team waren, haben wir ihr gesagt, wir team, ne? Und du hast uns auch einmal gerusht. Willkommen doch her. Ja, komm, bogen, ne? Oh, er hat ein Eisenschwert. Oh, das ist ja abgestoamt. Na, ist ja ein Gewinn. Er hat ein Eisenschwert. Er hat ein Eisenschwert. Er hat ein Eisenschwert. Nee. Nenn. Hat er nie gefällt? Ja. Soll der auch spielen? Ja. Okay. Soll der auch spielen? da was andere spielt man lasst die party bitte ich mache jetzt extra eine party das ist eine spielparty oder wieso kommst du da rein nur erstell du mal ich kann nicht nur mein internet zu sehen ok Black TV? Migrant of the Auto müssen wir weiter und weiter oder sind wir alleine alles klar keiner hat mehr Lust vielleicht strobocop und so ne lasst ihn mal einladen ok wach er muss erst das Lobby machen mach du mal alles ich lade sie ein warte mein Gott ich muss ein ich muss was kaputt machen hier ich mach noch mal die Brotten die gemordete Maps ja ich komm gleich kannst du auch die mitspielen? ja kann Lolli mitspielen? ja deswegen haben wir euch eingeladen hast du auch Lolli eingeladen? ja Lolli hab ich ja nicht mehr als Freund weil du ja gesagt äh geschieben hast ich wär ein agro dass er sagt dass ich ein agro wär ich bin wieder da wenn ich kurz aufs Krasse bin danach ich weiß aber nicht ob ich weiß aber nicht ob die überhaupt meinten wie Minecraft bin ich bin Minecraft ob ich schleifend bin ja was ist denn wenn ich ja sage woher weißt du das denn? hey das seh ich am Zweifel oh kacke mein mann warte ich komm gleich rein ja hast du nur eine Bedros Map oder? nein ich hab mehrere das ist aber jetzt eine Map und die zweite oh Loll Loll das ist eine andere ich so hä? könnte ich schon Black da mit ihm sein? oder? ja wir mussten ja 2 vs 2 anas darf ich bitte? ich muss jetzt gucken ob Black auch noch ja warum ganz spitzerech da ah danke ich muss noch kommen warte doch Party ist voll oh Party ist voll oh Party ist voll kann ich ihn doch jemanden reinladen? ja will ich doch boah chill doch mal ich weiß nicht ich hab irgendwas gedrückt ich war so wütend ich sag irgendwas dann geh mal auf sein warte ich geh auf dein Profil geh ich dann äh guck wo er ist auf deinen Freundesliste und dann geh ich nochmal Black TV? kannst auch zu mir sagen Black ja Black kannst bitte mit dem du zum Team mit dem du zum Team ich trock auf ja ja warte ich gucke mal warte deine Freunde nee du hast deine Freunde privat ne warte ich schreibe mal Loli Minecraft ich 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 auch wie konnte man wie konnte man bin ich schon Loli Black hast du schon mal schlafen? was hier steht jetzt du und dieser Spieler seid jetzt befreundet und jetzt lad ihn mein Party ein ok das ist Robocop ne die gab's früher gar nicht doch bei Red Killer aber die konnte man nicht spielen weil die gespottet war weil die gespottet war weil die gespottet war ich hab Loli angelernt ja dann soll noch ein Spiel kommen ja vielleicht kommt er nicht das Spiel auch schon gibt's zum dritten Mal hab ich das gesagt dass er vielleicht nicht kommt und dein Cousin A? Robocop mein Cousin spielt auf der Xbox 360 ah ja hab ich vergessen ok aber wo ist der Villager und so? hier ich seh den gar nicht im Dunkeln ja Junge ich ich hab zu sagen ist der ist das Robocop hä? wo? ja ah ja bremmi bremmi hä sind das zwei Brüder oder? anas weil die heißen selbst bremmi alle zwei au nein ich hab Kopfhörer drin Jake alles alles dann teleportier diesen Geil Niko zu dir und dann kannst du mit dem mit ihm sein bremmi er schläft bei uns ne er kann schummeln dann stirbt er und dann kann er bei uns spawnen ne ja der schummelt aber endlich gibt's wieder Super Mario alter ja ich hab auch ne Map wo man Super Mario und da du hast ein Würfel sag mal leise geht los es gab früher ja auch Super Mario aber auf Redkiller und da ging das nicht ich gib mir mal ich kann fast mit dem Black Lass mich rüber bauen ha Lass mich rüber bauen ha 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 ja, ich gebe die die Blöcke oben Kopf Da sind da noch Ich kann die aber nicht garantieren, dass das ganze Zeit geht Ja, das meine ich Ja, ich mach hier gerade alles Noch nicht erst wieder ein, ich bin nicht Ich hab nur auf der Xbox One nämlich mein Ich hab noch Blöcke Warte, nein! Du brauchst langsam bleiben, lass mich Oh Guck mal, guck mal, ich geb dir Blöcke Ich lege die anderen Blöcke da hin Guck mal, wie schnell ich baue, Black Guck mal, wie schnell ich baue, Black Aber guck mal, ich lege die anderen Blöcke da hin Ey, warte, guck mal zu mir, Black Und dann kann man sich dann sehen, dass ich fast sprechen kann Ich kann meine Kollegen Und Untergefallen Hier sind Blöcke, du brauchst keine Blöcke zu suchen, ne? Blöcke mit Blöcke Ich glaub, das decken sich hoch, warte, ich gehe kurz Ich muss noch Blöcke Bei unserem Bett machen Okay, ich hab'n bisschen in die Mitte gefasst Ich hab'n bisschen in die Mitte gefasst Ich hab'n kleines bisschen Ich hab'n bisschen in der Mitte Äh, nimm nicht ganze Bronze, ne? Ich muss mir nen Stick und so Ja, Junge, ich muss das Bett zu powern Wir sind Ja, Black Wir sind einfach still in der Mitte LOL Ja, das geht schnell Ich brauch' acht, äh, Dings da Für Rückstoßdick Wollen wir mit Gold oder ohne Gold? Mit Oh, Prostespieler Richtiger Bommenspieler Soll'n wir Soll'n wir Soll'n wir Ich bin gleich noch Zähne putzen Soll'n wir dann noch Quentin Aber warum spielen wir mit Gold, Alter? Werchen, ihr kauft euch gleich schon Ja, na, das haste Invenced Warfire Was? Invenced Warfire, haste das Was ist das? Ist das beste Spiel der Welt, Alter Ist, ist Call of Duty Oh Hast du ein Call of Duty Spiel? Hast du AW? Hast du AW? Als Atwater Dwarf, oder? Ja Nee, hab' ich mich einfach mal gefragt, da haste mein Nachbar Gehst du in einen anderen Farm? Mal schnell, Robocop, ich glaube, sie kommen Kannst ihn auch fragen Nein, komm doch Weiß man nicht Das heißt, fragst ihn noch ein paar Mal, wie ich spiele oder so Wollt ihr doch dann mit euch spielen? Soll' ich ihn fragen, ob ihr das aussehen könnt? Ja, weil ich und Robocop haben das Vielleicht spiele ich das auch bei ihr, dann krieg euch den F1 Ja, ein Golds Mipos Also G, H Oh, ihr seid so ne, bisschen Goldspieler, Alter Ab wenn wir GTA spielen, dann spielen wir auch, äh, OneHouse Westen Tone oder oder, kannst du das? Ja, lieber schnell Nee, nee, Robocop mach du, Kibu neben verlass noch nicht ich bin noch die party fertig wenn sie bogen haben sind wir tot da ist ja schon herr junges kommt kein eisenmänner doch mal anspruch zu dringend eisen sprach hast noch ein eisen ich muss mir erst mal als 0 essen 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 schreibt hier hallo ich habe jetzt auch es kommt nicht einfach über ich bin ausgerüstet ich muss kurz kreativen haben Nein, ich habe das als zugebracht. Nein! Warum? Hört man mich nicht? Nein, ich habe keine Mütze. Sonst kann ich nicht mehr zu unserer Base. Geh, guckst du überhaupt zu? Ja, die kommen! Bleck, aufpassen! Ich baue gerade hier alles zu, ne? Aber du darfst das Becken falsch zubauen. Du darfst das Bleck... Ja, du hast das Bett versperrt, Bleck. Du musst das richtig wieder... Du musst baue das wieder ab. Also nicht das Bett. Bau doch was ab, die Ecken. Du kannst mal kommen, Anders. Nein, ich bin unten. Warte, ich mache das. Und man muss dann nochmal schlafen. Du musst dir auch. Bleck, ich sag das kurz. Was ist das? Du darfst nicht... Du darfst noch mal schlafen. Du darfst noch mal schlafen. Du darfst noch mal schlafen, wenn es nachts... Also du musst dann noch mal kurz nachts ist. Nein, was darfst du nicht? Du darfst noch mal schlafen. Ah. Alles gleich vor der Bett ab an. Warte. Ja, mir dauert das denn noch. Geht schlafen. Ich bin nicht oben. Geht schlafen weg. Ah ja, nachts. Hallo. Kann das sein, dass der gar nicht mich beachtet wird? Kann ich raus holen. Ich glaube nicht. Ich könnte die wieder zubauen. Aber nicht zu doll, Black. Weil sonst... Ähm... Kann man nicht mehr... Sonst kann man nicht mehr spawnen, Black. Und ich lebe. Kann man hier Kissen nehmen? Ja, kann man. Okay. Black, aufpassen, ne? Er hat nen Stick. Geh nicht! Geh nicht! Hä? Das meine ich. Ich bin wieder am Startpunkt gespawnt. Ja! Oh! Hallo, er ist unten. An spawnen. Ist auch geil, Black. Ist auch geil, Black. Was hast du jetzt schon hier gemacht? Gar nichts. Ach, du hast mir ja zu doll eingebaut, oder was? Guck mal. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Lass mich mal gucken. Vor dem Bett dürfen keine... Es muss mindestens vor dem Black ein... So. Also vor dem Bett, ein Block frei sein oder ein... Junge, lass doch irgendwie das richtig machen. Ah, entschuldigung. Boah, drei Jahre später. Wollst du, hä? Okay. Muscle. Du musst jetzt einmal sterben. Ey, mach mal kurz. Bleib 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 mal runter. Bis unten? Ja, ich bin doch immer unten gespawnt. Okay, warte. Jetzt... Jetzt geht noch mal beide schlafen. Ah, bist du witzig. Wie sollen wir jetzt schlafen? Ja, mach nicht hier zu. Warte, beide schlafen. Ja. Okay. So, ich spring beide noch mal runter, damit es gucken kann. Jetzt hab ich mir gerade ein Ding gehört. Jetzt schmeiß die kurz weg. Schmeiß die weg. Jetzt sammle die ein, die Handballen. Endlich. Nein. Ich hab dir Eisen dabei gelegen. Sag mal ein Danke. Gern geschehen. Hä, du guckst es gleich wieder. Hä. 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 Hö. Hä. Hä. Jetzt mach doch mal Tag, Digga! Weiß schon, man ist Bornpicks, wenn man nicht Tag hat. Ich komm gleich, ich geh die Zähne putzen. Dig, ich hab dich leise gestellt, ich hör dich nicht. Ich baue vor... Warte, ich mache hier so ne Lücke. So, so. So, so. Und dann machen wir so ne kleine Stelle. Was machst du? Nein! So kommen wir nicht mehr raus. Dann kann ja das Bett doch genau abbauen. Man muss hier ne Lücke lassen. Hier! Ah. Ah, dann ist es okay. Dann baue ich weiter hier. Ist einer hier? Weil ich hab jetzt ein Geräusch gehört mit Fallen. Oh doch, ich hab einen gehört! Sehe ich mich los? Geh auf ihn! Auf ihn! Bist du runter? Ja, ich hab ihn runter. Ja! Gut gemacht! Nachts! Ich muss zu bauen, ne? Mach du mal so ne Mauer. Das heißt, wenn sie ja Bogen haben, dass wir nicht direkt runterfallen. Ich hab auch einen Boden. Ja, wir sollen aber nicht direkt runterfallen, ne? Oder willst direkt runterfallen? Nein. Du willst so ne Mauer so rum, meinst du? Ja, so ne Mauer, ne? So. Ich mach hier jetzt schon ne Mauer. Nein, doch nicht da mal! Doch, wenn jetzt der Gegner kommt und der kommt da durch. Wir seh nicht. Ja, dann krieg ich ihn einfach runter. Ja! Geil! Wir können waschen gehen, Seger! Ja! 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 Wollen wir jetzt warten und unsere Base erstmal richtig safen? Nee! Geh! 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 Doch, du kannst mir einen Bogen holen. Ja, aber ich will noch ein Eisenschwert. Eisenschwert kostet 8 Gold. Ja. Ich muss ja auch was kriegen, ne? Nee, ich kann dir noch einen Bogen holen. Hier. Und der hat verlassen. Warte mal, hier. Hast du Items? Hast du Items? Warte. Hast du Items? Ich hab nur die. Spring mal in den Tod. Aber ich muss gucken, ob das reicht. Ich muss gucken, ob wir wieder hier spawnen. Spring mal in den Tod. Warte. Warte, ich geb dir meine Items. Ich mach doch eh nichts. Nichts nehmen. Ja, wir spawnen hier wieder. Guck. Dann bin ich hier. Okay. Jill, dann sag mal, haben wir eine Mauer außenrum bei unserer Base? Nö. Weil dann weiß ich, dass du wirklich zu guckst, Jill. Hier, du bleibst deinen Bogen. Ja. Der Bogen, der Bogen, die spawned. Wo? Da, wo ich stehe. Ja, da. Wollen wir jetzt spielen? Warte, lass jetzt erstmal, lass jetzt erstmal, lass jetzt erstmal, lass jetzt erstmal, lass jetzt erstmal ein Ding so, und jetzt noch mit Kriegen und so. Ah, das ist wohl ein Ding so, lass jetzt noch raus. was kann verlassen ich weiß was machen wir jetzt geht ja oder dann gehe ich aber an Lollys Party nee lade Lolli hier ein ja mach ich doch der kommt nicht ich bin ich bin da 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 da